Hallo, herzlich willkommen bei der Multimamber. Heute sind wir bei dem 35. Tag und dem 20.10. Und ja, das wird heute glaube ich leider nur eine kurze Folge, weil ich bin total im Arsch. Wir waren heute den ganzen Tag unterwegs. Und ja, aber ich spiele trotzdem ein Spiel. Mindestens eins. Und natürlich halten wir uns in den Regeln nicht unter 7 Minuten. Also, seid gespannt. Ich auch. Und wir spielen gegen Zerg. Da muss ich versuchen, die Forte, die Lurker hat, zu killen. Vielleicht mal 2-Base-O-Land. Mal sehen. Erst mal gucken, was er spielt. Ho, beide bin ich müde. Huiuiuiui. Na, geht doch nicht los. So, gut, lecker, tan. So, der kommt so in den Peilen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich habe immer noch ein Problem mit meinem Wusten, ne? Keine Ahnung, was da unten dran liegt. Wenn es sich weggeben, muss man aber noch mal nachgucken lassen. Ähm, ja. Ich habe mir gerade mein eigenes Spiel. Wieso sind da auch immer... Ne, egal. Ich bin wahrscheinlich vertippt. So, Pool hat er schon? Oder nicht? Oder nicht? Sehr schön, da kommen auch Echsen. So, hier wohnt es die Echse. Verarschen wir mal ein bisschen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ja, was mache ich denn? Was mache ich denn nur? Was mache ich denn nur? Oh, was mache ich denn nur? Oh, was mache ich denn nur? Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Oh, was mache ich denn nur? Ich bin mir gar nicht sicher, was ich gerade spielen möchte. Ich bin hier, in den Schatten. Den könnte man noch kriegen. Was ist euer Begehren? Ich glaube, immer ein Tu-Way soll hin und raus. Er hat zwar jetzt schon drei Bases, aber wir gehen jetzt komplett auf. Wir töten den Zer. So. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich habe irgendwie Probleme mit meinem Nusten gerade. Wettt! Würde! 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 Was ist denn? Ich habe nicht gelügend Mineralien. So. Jetzt haben wir genug Geld. Nein, eins fehlt noch da. die erstgeborenen werden auf sie so genau doppelt separiert noch zwei geht's mehr so wir machen los noch nicht los so 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 Ihr benötigt mehr Vespigas. Kassar, die Templer. Ich bin hier in die Schatten. Erklärt euch. Ihr habt nicht... Erneut denen. Ich bin hier in die Schatten. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Schlaft auf, ich bin hier in die Schatten. Mineralien fällt her... Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Schau mir. Ich bin hier. Ich bin hier. Gebt uns einen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Die Kino wird angehört. Ich gib mir. Okay. Das war's für heute. Schlicht. Was ist mein Leben für Ajo? Was ist mein Leben für Ajo? Was ist mein Leben für Ajo? Wo ist denn, ja genau, das Baum unbedingt jetzt. Ihr habt nicht gelügen Mineralien. Ihr habt nicht gelügen Mineralien. Ihr habt nicht gelügen Mineralien. Kassar mit Templar. Entargo Tassala. Erneut diene ich. Mineralien fällt erschöpft. Ich habe nicht gelügen Mineralien. Mein Leben für Ajo. Ajo. Ich habe nicht gelügen Mineralien. Ich habe nicht gelügen Mineralien. Ihr habt nicht gelügen Mineralien. Mein Leben für Ajo. Forschung abgeschlossen. Der Kampfesrum wird unser sein. Mein Leben für Ajo. Ich habe nicht gelügen Mineralien. Mein Leben für Ajo. Ich habe nicht gelügen Mineralien. Ich habe nicht gelügen Mineralien. Aber nicht mehr Mineralien. Mein Leben für Ajo. Ich habe nicht gelügen Mineralien. Deswegen bin ich gelügen Mineralien. Aber nicht mehr. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich erklärt euch. Entargo Tassadar. Unak, Natal. Ihr Denken. Der Kampf ist Ruhm, wird mein Leben. Assam, ja. Gigi. Uh, das ist ein spannendes Spiel, oder? Ich habe schon fast gar nichts mehr erzählt zwischendurch. Eigentlich habe ich gar nichts erzählt, glaube ich. Aber es war auch echt spannend. Puh. Und die 1-Spieler. Sehr schön. So, ich muss aber sagen, es tut mir leid. Es ist heute das einzigste Spiel, das spielen werde, weil... Das ist mein Husten. Das ist ja keine Erkältung mehr. Das ist einfach nur noch Husten. Ah, wir sehen. Dann müssen wir gucken, was nicht so passiert damit. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö, Mutti Bär. So, das war es wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti Bären. von StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge. Und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti Bär. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö. Tschö.